Ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen weitergemacht mit der Straßenbahn. Also weit bin ich noch nicht. Der Antrieb ist inzwischen drin. Also laufen tut sie zumindest mal analog schon. Hier ist die Schnittstelle. Next 18. Die Kabelwege für die Leitungen und Litzen habe ich auch schon verlegt. Als nächstes kommen dann kleine Platinen zum Verteilen. Was ich dann alles anschließen kann. LEDs und die Lichtleisten für oben habe ich auch schon besorgt. Weiter bin ich bis jetzt noch nicht. Ja, aber zumindest mal wollte ich nicht ruhig lange warten lassen, wie das da weitergeht. Hier sieht man die Kabelführungen. Man sieht es zwar durch die Fenster, aber ich denke mal, wenn ich da jetzt Figuren einklebe, fällt es da nicht mehr ganz so arg auf. Ich hoffe, das schaut dann doch ganz gut aus, bin ich der Meinung jetzt mal so. Ja, wie gesagt, allzu viel habe ich noch nicht gemacht. Weitermachen werde ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Jetzt auf die LEDs warten, die hoffentlich jetzt dann demnächst kommen. Und dann die ersten Versuche machen mit der Front- und Schlussbeleuchtung. Auch mit den Blinkern. Hier sieht man ja, wo sie sitzen. Wir haben hier einen. Hier sitzt einer. Und hier hinten sitzt auch noch einer. Dann hat sie auf der anderen Seite nochmal drei Stück und jeweils vorne. Und hier hinten noch zwei. Also fünf pro Seite. Dann Schlusslicht noch und Frontlicht. Und das muss alles hier vorne rein. Sieht man ja. Hier Frontlicht, Blinker, Schlusslicht. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Naja, gut. Wir warten jetzt mal, wie sie kommen. Ich habe jetzt mal verschiedene Größen bestellt. Ja, einfach mal ausprobieren. Na gut. Macht's gut.